Jetzt endlich geht's mal hier los. Dankeschön. Also ich frage dich jetzt mal auch, wenn du Play-by-Play bist, was erwartest du so für adaptive Bands von Lost Jokers Academy? Ich sehe auf jeden Fall hier den Tahm Kench-Band. Wollte schon sagen, wird jetzt hier auch auf jeden Fall gebannt. Bei GG würde ich einfach dieselben sehen, aber ich sehe halt bei LJ... Ich sehe hier den auf jeden Fall den Tahm Kench und den Twisted Fate sollte bleiben. Und vielleicht noch mal also Kane entweder oder Echo. Kane oder Echo. Bei Kane oder Echo ist es so, macht im Prinzip keinen Unterschied, weil beide genauso gut Snowballen können. Ja, es hat hier der Kane-Band. Man denkt sich, man kann mit dem Echo dealen. Jetzt ist die Frage, wird GG trotzdem noch die Senna picken? Nachdem der Tahm Kench gebannt wurde. Weil Senna... Es gibt keine so sichere Option für die Senna wie den Tahm Kench. Hm. Nebenbei immer ein bisschen trinken. Ist extrem heiß geworden im letzten Game. Äh, und man entscheidet sich selber für den geilen First Pick. Interessant. Ähm, ein bisschen Flex-Pick kann auf Support geschickt werden, kann aber auch auf Mitte geschickt werden. Und man nimmt trotzdem die Senna auf Seiten von GG. Ist offensichtlich... Sagt man sich, scheiß mal auf Tahm Kench. Wir nehmen die Senna. Und jetzt möchte ich die Fanden, was das noch wird, der Braum wird. Ähm, ist zwar auch eine sichere Option, aber nicht so sicher wie der Tahm Kench, weil so eine Situation wie Early Game, der, äh, der Javan gankt die Botlane. Tahm Kench frisst Senna. Senna ist safe. Tahm Kench auch, weil er zu tanky ist. Kannst du mit dem Braum nicht so wirklich schaffen. Also, du kannst mit dem Braum natürlich gut gegenarbeiten gegen sowas. Aber, Problem an Braum ist, er kann Senna nicht schocken. Das heißt, da fällt auf jeden Fall der Flash bei so einer Situation. Ähm, wir sehen die Looks. Sehr interessant. Auch wieder Flex-Pick, zumindest in Kombination mit diesem Galio, weil beide können sowohl Support als auch mit denen gespielt werden. Und, der dritte Pick. Wird hier wieder der Javan. Höchstwahrscheinlich als Jungler. Reset. Er ist durchgekommen. GG Tricks. GG. Tricks, willkommen hierzu. Ich glaube, ist es zum ersten Mal jetzt hier Reset? Ich glaube, zum ersten Mal diese, diese, ähm, in diesem Split, beziehungsweise, ich gehe zum ersten Mal in der Liga der Tafelrunde, seit sie hier vertreten sind. Äh, man reagiert mit dem Jinx-Bahn, weil man sich sagt, okay, Jinx könnte zum Problem werden, wenn wir Probleme mit dem Snowball haben. Ich sehe bisher auch bei GG, die Sache ist, die Set ist zwar ein guter Snowball, aber wenn du Behind fällst, kommst du nicht mehr ins Game. Und, sowohl Galio auf der Mitte als auch Lux auf der Mitte, könnten, die Tafelrunde auf könnten, problematisch werden für den Set, weil der Route von Lux eklig ist, und der Galio CC ist, aber nach dem, nach dem, mit dem Buff-Offset, ähm, mit dem, mit ganzen Spells, äh, Q, W, E, es ist jetzt so ganz schön wieder funktioniert, wie, ich weiß mal, welcher, welcher Season es war, kann schon, es schon sein. Und da ist es auch, was ich mir tatsächlich gewünscht hätte, um ein bisschen Scaling reinzubringen, diesmal Band GG, nee, AJA hat ihn gebannt, diesmal, pick GG, den Ohrn, er kommt durch, weil man sich hier für, eh, diesmal Profi Band entschieden hat, auf Seite von Lost Jokers Academy, der ist im Endeffekt, du hast ab Level 14, 14, enchanted dir einfach deine Items, und sagt sich, hier, mach noch mehr Damage, krieg mehr Stats, everything, äh, der Arbate, genau, direkt daneben, Kirito, der gute Nico, sagt sich, na, äh, ich renne den runter, ich, 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 ich kite den einfach zu Tode, das ist ein Take, ich kite ihn zu Tode, ähm, natürlich ordentlich die Möglichkeit mit seiner W, bisschen gegen den, gegen die Stunts vom Nahe vorzugehen, aber die Autotecks halt nicht, oh, der Gleisertick, okay, das ist interessant, sehr interessant, zumal du immer noch nicht aufgelöst hast, endgültig, ob jetzt Lux, Support oder Midlane geht, und Galio dann, aber, ja, ja, aber, ich muss, ich muss sagen, ich seh hier tatsächlich die Lux eher auf der Mitte, sie ist zwar squishy gegen den Set, aber sie kann gut mit ihrem Flut arbeiten, und, ähm, du hattest den, ähm, du hattest die, äh, Buffs vom Set angesprochen, mit der W, äh, es sollte keinen so großen Unterschied machen, der einzige Unterschied ist, du kannst das Dreieck, in der Ultimate, okay, du kannst auch besser poken, aber du kannst, das Dreieck besser, du kannst halt die W schlechter predikten, ähm, aber wenn du, im Mind eines Set-Spielers, Set-Spielers drinne bist, kannst du, das weiß ich aus meiner eigenen Erfahrung, ich bin Master wie Level 6 Set, ähm, dann kannst du, wenn du weißt, wie man ein Set spielt, dann kannst du im Normalfall auch die Queues predikten, wie die fliegen werden, die Shurikens, und dann mindestens einen Shuriken blotchen, äh, genau, ähm, jetzt gehen wir auch schon, Indie-Pick-Und-Banden, die eigentliche, äh, aber, weiteres besprechen, also, wir haben, bei Lost Jogers Academy, haben wir dieses Mal eine Jarvan-Galio-Kombination, äh, sehr, sehr stark, wieder Bombo-Kombo-Potenzial, vor allen Dingen mit dem Luxe, ist dann nochmal dazu, der ist dann auch wieder nervig, ähm, und wir haben den nah, der kann, der, kann einfach die Gegner, in Kette, äh, im Catalyst, oder am Catalyst drumrum, einfach reinschmeißen, reinschubsen, dagegen, donnern gegen die Wand, und sie sind gestunnt, und es fängt nicht, ups, an Lucky, ähm, genau, und dann haben wir mit der Kai-Star nochmal ein bisschen Catch-Potenzial, das heißt, wir haben so hier Bombo-Kombo, Teamfight, äh, Kai-Star, wir einfach in die Backlane rein, und die Backlane rausnehmen, Backlane ist hier bei GG nicht gerade vorhanden, du hast zwei Assassins, sie wollen flanken, du hast die Senna, die ist in der Backlane, aber die wird von dem Braum gepealed werden, im Optimalfall, ähm, du hast halt auf die GG, hast du halt wieder, Snowball, Snowball-Potenzial mit dem Set, mit der Evelynn, problematisch wird's hier, dass du im Late-Game keinen guten Teamfight hast, weil du hast zwar zwei Assassins, aber der, der Rest wird einfach überrannt, der Ornn, hat zwar gute Dis-Engage, Dis-Engage-Ultimate, aber wird die trotzdem überrannt werden, von Nah, Jarvan, Galio, von der Bombo-Kombo einfach, und wenn die Assassins, dann zu spät in den Flank kommen, das heißt, zu spät in den Fight eingreifen, ist der Fight schon over, und sie werden auch nur abgeholt, zumal du mit Kai-Star so ein bisschen Safe-P hast, du kannst es so ein bisschen protecten, vor den, vor den, Shurikens, wenn du den Set, mit der, mit der Ultimate-Reposition machst, oder die, die Evelynn auch nochmal ein bisschen update, äh, deswegen würde ich dieses Game tatsächlich, von der Reihen-Kombo her, Lost Joggers Academy geben, ich, es kann natürlich sein, ich traue GG es zu, dass sie wie dieses Game, wieder sich einen immensen Lead aufbauen, dass, äh, AJA sich wieder einen immensen Lead aufbaut, und, für den, ja, und dieses Game, in der Lage ist, das Game runter zu snobeln, und wir sehen jetzt tatsächlich, in der, in, in Pick und Bun, es wird Galio Mitte und Lux support, äh, das heißt, Galio, ist auch gut gegen den Set, weil sein Magic Shield, würden jetzt einige denken, das Set macht kein Magic Damage, was will der da mit seiner W-Passive, W-Passive von Galio ist schlicht und ergreifend, er bekommt ein Magic Shield, in, ich weiß gar nicht, was die Höhe ist, es, sie ist anschaulich, aber, jetzt nicht gerade viel, also es ist ein bisschen nett, aber Galio auf der Mitte, deswegen hier so gut, weil du Evelyn hast, die macht mit, äh, die macht, ordentlich Magic Damage, wir sind alle, aber, Zed hat über sein Passive, wenn der Gegner unter, ich glaube, ein Drittel seiner, weniger als ein Drittel seiner Leben hat, macht Zed eine Art Crit, das heißt, er Auto-Tag, und macht Magic Damage obendrauf, und, ähm, genau, also er macht extra Magic Damage, mit dem, äh, mit dem Auto-Tag, äh, und deswegen, hier, W von Galio, die W-Passive auch, äh, strong gegen den Zed, ähm, ich sehe gerade, im Chat, deswegen war ich gerade so, kurz zu leise, ein bisschen abgelenkt, Stefan schreibt, legit, die Jungs haben einen Job, und der ist im Early nicht zu enden, hast du vollkommen recht, Stefan, man kann es manchmal nicht vermeiden, ähm, aber, Stefan, guter Draft, auf jeden Fall, du bist der Coach, guter Draft, muss ich sagen, gefällt mir hier, weil, wie du es gesagt hast, wenn es im Early nicht enden, sollte das Game Over sein, für GG, ähm, ich gehe wieder auf die, also, wir haben wieder auf der Bot-Tag ein ähnliches wie vorher, nur, dass du diesmal den Galio-Up-Sign von Lost Jokers Academy hast, das heißt, du hast hier die besseren Möglichkeiten, den Drake zu contesten, wenn natürlich ein Insaner-Stil von Evelynn rauskommt, ist, kannst du dagegen nichts machen, aber, Senna, Braun haben keine Pryo, einen Zed und eine Evelynn, haben zwar Burst-Potenzial, aber mit der Galio-Ultimate sollte es ab Level 6 auch kein Problem mehr sein, weil du einfach mit der Ultimate, ja, diesen, den Magic-Shield, den du auf der W-Passive hast, einfach, sharest mit allen, die in der Mitte stehen, das heißt, dann hast du nochmal den Shield von der Lux, kommt jetzt natürlich auch wieder darauf an, ob die Lux mehr für Protective geht, oder für Burst geht, aber Drax gebe ich wieder, LGA hat im letzten Game nicht ganz so gut funktioniert, weil GG sie einfach auch smartet hat, mit Rotation, und dieses Mal gebe ich auch die Top-Lane an LGA, weil NAR, der Shredded Tank-Sack, ich weiß nicht, ob jemand schon mal einen Tag gegen den NAR spielen muss, es ist so immens eklig, weil die W vom NAR macht einfach so insane viel Damage, also die W ist irgendwie bei Timo, es ist ein Passive-Effekt, und zwar, dass jeder dritte Autotag macht extra Damage, und du bekommst einen Movement-Speed-Bonus, das heißt, du kannst als NAR, in Mini-NAR, kannst du einen ORN out-kiten, ohne in gefährliche Range zu kommen, für einen ORN, okay, ein ORN hat mit QE einen ordentlichen Gap-Closer, aber wenn der NAR das einfach wegkitet, vom Pillar, der bei der Q entsteht, vom ORN, dann kann der ORN da einfach nichts machen, und deswegen ist das ORN einzigste Aufgabe, ist es, safe zu stehen, zu farmen, und Level 14 zu erreichen, um seinem Team die Upgrades zu geben, ähm, genau, Jungle, hat Jarvan mehr Möglichkeiten, eine Evelynn zu invaden im Early-Game, weil Evelynn hat zwar Burst-Damage, aber hier fehlt es einfach im Teamfight, und Jarvan ist sehr, sehr tanky, besonders im Early- und Mid-Game, ähm, das heißt, Evelynn wird da, solange sie nicht ahead kommt, nicht viel gegen ihn machen können, äh, das heißt, wir sollten auch nicht so eine Situation sehen, wie eben, dass Evelynn einfach den Blue-Buff invadet, letztes Game war es der Echo, Blue-Buff invadet, und, ähm, dabei drauf geht, sollten wir hier nicht sehen, kann natürlich trotzdem passieren, ähm, genau, und auf der Mid-Lane, ich geh nochmal auf die Mid-Lane ein, weil ich hatte zwar, ich hatte es angesprochen, angeschnitten, mit der W-Passive, ist gegen Set auch trotzdem gut, weil die Passive vom Set Magic-Damage macht, ähm, sollte Galio einfach gewinnen, er ist so tanky, er hat jedes Melee-Melee-Match-Up, und Galio ist so ein Champion, der ist darauf designt, äh, Melee-Range-Set-Up zu spielen, also Melee-Range-Lanes zu spielen, der sollte dem Set definitiv überlegen sein, kommt natürlich auch wieder darauf an, wie viel wird er gesittet, beziehungsweise kommt Evelynn häufig vorbei, äh, von den Masteries, wir sehen den Spellbook on, sehr interessant, du entscheidest dich hier nicht für Tankiness, na, Shredded zwar, also ist zwar gut, kann zwar Tankiness gut out kiten, ähm, ich weiß aber nicht, wie es jetzt aussieht, ob Spellbook ist, ob er, ähm, prozentualen, prozentualen Max, äh, prozentualen Damage mit Max-Leben des Gegners hat, oder aktuell im Leben oder so, bin ich mir grad nicht sicher, ähm, aber Spellbook on, insofern einfach strong, weil du kannst auch die Lane dominieren, du holst ihn hier irgendwann, du holst ihn in Barrier, du holst ihn in Ignite, und dann, äh, kannst du, hast du auch Möglichkeiten, ihn nahe zu outplayen, äh, dann sehen wir ganz klassisch, Hell of Blades Kaiser ist aktuell Meta, auch wenn Kaiser aktuell, generell einer halt eher der schwacheren ADCs ist, du hast mit Hell of Blades die Möglichkeit, kurze Trades zu nehmen, du machst deine Weben, kriegst zwei Stacks auf dem, äh, auf dem Target, Autotext dreimal über Hell of Blades, hast den Trade gewonnen, weil du einfach deine Passive procs, äh, wir sehen ja, Arkane Comet Lux, das heißt Po, äh, eher weniger shield orientiert, kann sich natürlich im Item-Bild ändern, und wir sehen wie im letzten Game, die Glacial Augment Center, ähm, diesmal sehe ich weniger Invades, beziehungsweise, letztes Mal haben wir auch keine Invades gesehen, aber diesmal sehe ich wieder keine Invades, ähm, diesmal sehe ich keine Invades, wenn sie jetzt invaden, ist ein bisschen traurig, äh, genau, wann synchronisieren wir uns an die Regie? Wieder, um, okay, ähm, genau, wir machen wieder diese kleinen Synchronisierung, damit wir gleich auf sind, ja, wie's, genau, ja, auch, so, und damit geht's dann jetzt auch endgültig los, bin jetzt mal gespannt, äh, wie's ablaufen wird, wird es, wird es, wird es, wird es Lost Jokers Academy schaffen, dieses Mal, länger aus durchzuhalten, und damit ihren Power Spike zu erreichen, oder wird die GZ wieder überrennen, mit dem Snowball? Was denkst du dennis? Also, ich, 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 also, Trixx hat's ja schon so oft angespielt mit seinem Set, er will ihn endlich haben, also, ich glaube, wenn er so viel Vertrauen in seinem Set hat, werde ich denken, dass hier vor allem der Set hier stark snowballen wird, und vor allem auch die Evelyn. gegen den Exhaust Galio? Also, sorry, aber gegen den Exhaust Galio, und die Evelyn ist jetzt hier mit Drängnis? die Evelyn ist ein bisschen deep, muss schon flashen hier auf jeden Fall, aber wollte schon sagen, die Evelyn, ich, ja, man kennt, man kennt schon Banana Killer schon vorher, und ich, mit Evelyn, wenn die Snowball hier gut, also bis Level 6 Power farmt, und dann nur noch irgendwie in den Lane sittet, kann sie's hier gut runterspielen. Also, natürlich haben wir, aber ich sehe hier die Kaiser schon stärker. Also, natürlich haben wir hier sehr, sehr gute, ähm, individuelle Spieler, individuelle sehr, sehr gute Spieler, ähm, Banana Killer hat schon oft bewiesen, dass er gute Evelyn spielen kann, oder ich weiß nicht, wie oft, aber ein Game habe ich hier schon mal casten können, wo er Evelyn gespielt hat, hat er ordentlich gesnowboard, äh, die Drust angesprochen, er gibt so ein bisschen an mit seinem Set, dass er offen bleibt. Ist jetzt so ein bisschen die Sache, ähm, wir haben ihn noch nicht gesehen, und er spielt gegen den Exhaust, das ist ein Tank mit Exhaust, der packt, wenn du mit Ult engagest, den Exhaust auf dich drauf, und du machst kein Damage mehr an ihn, und, ähm, das heißt, hier könnte es tatsächlich zu Problemen kommen, muss natürlich nichts heißen, er kann natürlich trotzdem Insane Spieler sein, also übelst Insane Offset, weil wir haben ihn schon oft auf sehr, sehr anderen, auf anderen Champions sehr, sehr gut performen sehen, und hier geht's los mit dem Kiten, also, der Nahe macht hier seinen Job bisher sehr, sehr gut, er kitet einfach, okay, er hat mein Herz jetzt kaum gemacht, aber er kitet einfach um den Ohren herum, auch tradet ihn damit, drei Autotechs, oder Q, zwei Autotechs, oder Autotech, Q, Autotech, und der Trade ist gewonnen, man sieht's hier, na, ich kriege leider nicht einen dritten Autotech durch, ja, genau, der Drust Autotech kommt bei einem nicht durch, schöner Route von der, ähm, Lux, und du darfst auch nicht vergessen, wenn du in seltenen, äh, geil geultet, der, der haut seine Weh an, bekommt einerseits weniger Damage, und andererseits bist du taunt, wenn du rauskommst, auf, so, jetzt Level 3 hier auf, auf, genau, schöner Stun hier auf jeden Fall, ah, das wird jetzt sehr schwer, auf jeden Fall für den Ohren, der Trade ist läuft gut, muss ich da glaube ich flash, bekommen wir jetzt das, ne, Ohren muss auch rausflashen, aber in der Mitte geht's gleich weiter, auch sehr, sehr schöner Flash, ganz knapp noch rausgekommen hier, mal, ich glaube, er hat nicht mit dem CC noch am Ende gerechnet, ich glaube, auch ne, ich glaube tatsächlich nicht, ne, weil er war schon so dabei, ja, ich lauf zurück, ich glaube, ich schaff das noch schnell, rechtzeitig, aber, trotzdem musst du hier nochmal Ohren flashen, das war close, so, ein smite hier, ähm, genau, äh, Mitte, sind jetzt natürlich noch ein bisschen disgusting, äh, äh, Fights, aber, pro the bad, wenn er da ist, macht ein Set auch nicht mehr viel, beziehungsweise, wenn er, wenn sich hier, on, äh, nicht on, äh, Galio für einen, äh, Formale-Resource entscheidet, oder irgendein anderes Amor-Item, ist er safe gegen den Set, eigentlich, genau, wir sehen es hier auch in einer Minute, der Mountain Drake, ist immer ein bisschen gut für, äh, für Tanks, sehr, sehr gut für Tanks, attraktiv für den Ohren, in dem Fall dann dementsprechend, aber noch attraktiver für Lost Jokers Academy, für ihre drei Tanks, denn Aar ist so ein bisschen off Tank, äh, dafür haben sie aber einen Jarvan, der sehr, sehr tanky wird, mit dementsprechenden Item Build, und Galio, ich muss sagen, ich habe im letzten Game gar nicht drauf geachtet, weißt du noch, ob er Warrior oder Szenarik gegangen ist, also AD oder Tank Jarvan, habe ich jetzt auch nicht so oft geachtet, aber ich gehe davon aus, dass er, ähm, AD oder, ich meine, ich meine mich an einen Warrior zu erinnern, also, ja, ich würde ja auch fortschätzen, oh ja, jetzt wird er hier getaunt, du musst, hier aber auch aus, kommt er noch mit NRW raus, ja, ja, und, äh, wie gesagt, 13 Sekunden nur auf dem Drake, push Pryo auf Botlane noch relativ even, genau, Mitte ziemlich, auch ausgeglichen, äh, genau, wir kommen gerade von der Regie, die Info, J4 hatte Warrior im letzten Game, das heißt, AD wird, ist aber natürlich trotzdem immer, so ein bisschen tanking, das sagt man, ist Brusa nicht Nein zu, beziehungsweise ein paar Resistenzen, ist auch so, Mountain Soul, ist zwar gern gesehen, aber es ist auch nicht die stärkste, gibt's, äh, Infernal Soul und Ocean Soul, ist häufig als stärker angesehen, weil du im Teamfight einfach mit der Ocean Soul dich ringerierst, und Poke und Teamfight ist auch mit der Infernal Soul einfach deutlich stronger, äh, während das sind die, der Ornn geht jetzt hier, nachdem er sich Vision aufgebaut hat, für Wards, für Vision, äh, wird hier allerdings gespottet, und, oh ja, da wird hier der, der Galio schon ein bisschen weit drunter, gehauen, und, neid, wurde gezündet, aber dafür halt auch Pushpile, das heißt, der Galio, der jetzt resetten muss, wird die Probleme bekommen, er ist noch nicht mal Level 6, um eventuell die Ult zu nutzen, um auf die Mitte zu kommen, um direkt auf den Gang zu verlaufen, wie eh so unlucky, dass der Ornn da gegen die Wand äht, außersehen, äh, ich, ich denke mal, das ist auszusehen, ich kann mir nicht vorstellen, dass er es mit Absicht gemacht hat, äh, man sieht jetzt auch nix viel von, hier von, ähm, Devlin, macht ihren Power Farm halt, auf 6, dann sieht sie auch schon den Farmenunterschied, von Devlin, stark, ja, du sprichst dich gerade an, sie hat halt noch keinen Gang versucht, der, der Jarvan war bisher auf Mitte, es wird Evlin mit ihrem, mit ihrer Cure zu ordentlichem Wave Clear, äh, und, da, da ist halt einfach, ähm, da kann es schon mal vorkommen, dass sie einen Jarvan ein bisschen outfarm, vor allen Dingen, wenn der für einen Gang geht, es sind 15 Farmenunterschied, zumal, Jarvan musste gerade eben die Mitte Sitten, also, was heißt Sitten, äh, annehmen, äh, und Evlin ist jetzt hier im Invade, wird eigentlich nicht gespottet, weil Jarvan auf der Bot-Seite unterwegs ist, und man geht jetzt auf Seite voll aus Jokers Academy, für den Drake, äh, hatte ich tatsächlich so erwartet, weil man hat es gesehen, Pryo ist auf der Bot-Lane, oh, war das gerade, ach, das war der Heal vom, vom Zeltruf, oh, schön hier abgewartet, auf jeden Fall, man bekommt wahrscheinlich jeden genau, First Blood hier für Evlin, aber man bekommt den Drake halt dafür, also man tradet hier das First Blood gegen den Drake, ha, bisschen, bisschen deep vom Nah, hätte er mit der Evelyn rechnen können, sie war natürlich schon sechs wegen ihrem Power Farm, aber, äh, auch irgendwie verständlich, dass er da den Kill haben will, ist unlucky, dass er genau in dem Moment, wo Evelyn vorbeikommt, wieder klein wird, durch sein Tankiness wieder verliert, er hat jetzt auch die Pete, aber man sieht hier den Wade von der Evelyn mit dem Zed, der Zed gibt hier so ein bisschen Hover, dass sie nicht an den Wölfen stirbt, aber J4 trotzdem auf dem Weg dorthin, man wird sich jetzt auch begegnen vermutlich, oder doch, man begegnen sie jetzt, und jetzt nah kommt auch dazu, jetzt ist die Frage, wird Evelyn es raus schaffen? Puh, Evelyn, Evelyn, bis jetzt die Flasht hier mal wieder raus, willst du die Evelyn schaffen, noch rauszukommen noch? Ich denke schon, die Evelyn hat es irgendwie nicht mit der Topseite, da musst du schon zweimal flashen, schon zweimal der Flasht dort oben, ähm, wir haben in dessen Lux, der Lux Elemental Skin ist ein kleines Minigame, im Minigame, du willst natürlich, das fängt jetzt an zu roben, Boah, schöner CC hier von der, äh, das hat Potentat mit VWG, ja, Zed ist es auf dem Weg hin, Toplane ist interessanter, Insel ist immer wieder interessanter, Galiole, 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 schöne Galiole, schöne Galiole, wirklich, oah, Tricks, Tricks, oah, schöner Exhaust hier auf die Senna, man holt sich hier wahrscheinlich, ach, da darfst du nicht rein, es ist schade, aber sehr, sehr stark geturnt, sehr, sehr stark geturnt, von Lost Joggers Academy, Galiole, ultimate, perfekt mitgeroamed, von, äh, von, von, von Voltix, Evelynn wird dessen am Herod, macht so ein bisschen Crossman Play, Nas, bottet es, vielleicht, bin mir nicht sicher, ob man es gesehen hat, aber er wäre auf jeden Fall nicht contesten, sollte er es gesehen haben, aber er muss jetzt natürlich die Evelynn respekten, die jetzt den Herod gemacht hat, hört er jetzt auch, man sieht ja, kited back, allerdings, der Ohren, er hat sich die Bremerwest gekauft, das heißt, Na, kann ihn nicht mehr so kiten, weil er einfach Heal Reduction bekommt, und dann ist er natürlich noch Gang anfälliger, ich bin mir jetzt gar nicht sicher, womit er sich jetzt genau in seinem Kit healt, ist vielleicht so ein bisschen sekundärer, äh, passiver Lifestyle, ich meine, 3.7 auf seinem Dorans Blade, ist natürlich immer wieder, verringert, sustain, ja, 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 und mein PvP-PW kann ich casten, der ist hier im Bedrängnis, die Orn-Ultimate geht nochmal raus, Orn, allerdings selber low, schafft er nice, der Flash kommt vom Orn, und er holt ihn sich ab, allerdings selber sehr, sehr low, hat Glück, dass die Mini-Wave nicht mehr da ist, sonst wäre das wahrscheinlich eng geworden, sehr stark gespielt vom Orn hier, sehr, sehr stark, äh, Deines, bist du noch da? Ja, tut mir leid, mein, mein, ein Elternteil kam bei mir rein, ah, die Eltern, die verhassten Eltern, okay, jetzt nicht verhasst, ich hab mein Mikrofon halt nicht über, das konnte ich schon geschalten, und, deswegen, ja, ich, ja, kein Ding, ja, ähm, kann mal passieren, äh, Dennis, der Chat, äh, genau, und dann, also, wie sehen sie auch, die Evelyn hat inzwischen die Jungle Item fertig ausgebaut, während der Jarvan noch nicht voll ausgebaut hat, Galio fängt hier an, hat hier angefangen mit Seekers Armguard, und, äh, Ninja Tabis Evelyn währenddessen auf der Botlane, Charm wird gecharged, Kaysa wird hier nochmal low gehen, aber der Shield gibt hier nochmal ein bisschen Möglichkeit, aber sie gibt's auf, sie macht nur nochmal ein bisschen Damage, währenddessen auf der Midlane der Zed wird angegangen, Dennis ist schon wieder nicht da, um zu übernehmen, denke ich, ja, die kommen jetzt ganz weit rein, jetzt, 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 hier, Evelyn, Evelyn, Evelyn Old, Jarvan, Jarvan, kommst du da noch weg, kommt der Jarvan da weg, oh, die rote Pflanze, die Senna Old, holt die noch hier ab, achte Scheiße, hier, oh, jetzt genau, hier mit der Old, auf der Toplane, aber in der Mitte geht's auch weiter, hier kann sich, der Leak-Client nicht entscheiden, wo sollen wir zuschauen, auf jeden Fall, in der Mitte, deeskaliert es gerade, das Toplane geht's hier weiter, Nico wird gleich wieder klein, oh, schöner Knock-Up hier, auf jeden Fall wieder, wird wieder ein knapper Fight wahrscheinlich, oh ja, sollte jetzt aufpassen, aber der Herr wird immer noch, damit holt man sich, sich man sich jetzt vermutlich zwei Play-Dings, der Gallio auch ziemlich low, muss hier aufpassen, dass er nicht stirbt, wird nochmal Knock-Back gemacht, aber, ich möchte nochmal auf den, auf den Flash vom Jarvan eingehen, der in die Stopwatch vom Ohren geht, währenddessen raus, aber er sollte tot sein, er ist auch tot, äh, ich wollte nochmal ansprechen, Respekt an den Jarvan, wie er da die Evelyn Ultimate gepredicted, und geflasht hat, der Jarvan hat mir einfach, auch im letzten Game, schon mechanisch sehr, sehr gut gemacht, jetzt hier auch schon wieder, eine sehr, sehr gute Situation vom Jarvan, oh, ja, wir sehen jetzt hier, der nächste Drake ist bereits gespawn, ist ein Ocean Drake, wieder nett für den Sustain, man wird den jetzt hier, warden zumindest, ich muss ganz kurz weg, okay, dann wollen wir nicht so lange, Play-By-Play, wird jetzt auch tatsächlich, angegangen von, äh, Last Jokers Academy, allerdings Evelyn hat es gespottet, sind noch nicht sicher, ob sie es contesten soll, geht auf jeden Fall hin, das wird eventuell, der Stil wird eigentlich gespottet, kriegt nicht den Stil, ist jetzt hier im Bedrängnis, der Tord sitzt, und die Evelyn geht down, Respekt hier, und wir sehen schon wieder, das ist ein Fall, vielleicht sehen wir auch dieses Mal, die Saul, aber trotzdem, sehen wir hier ein Gold, ein Beat, für GG, währenddessen, Middeng nochmal angegangen, Tricks ist hier, mit der Gedrängnis, muss nochmal den Schafen holten, kommt hier tatsächlich raus, und nimmt den Schafen mit, oh mein Gott, Stefan, aber währenddessen, oh mein Gott, Stefan, weil du hast gesagt, die dürfen nicht innen, jetzt innen sie trotzdem, oh, und der Ohrn wird jetzt nochmal abgeholt, vom Nah, aber, der Goldlied bleibt gleich, dieses Mal schaffen sie es aber, den Goldlied zu halten, Respekt, also, Respekt an Last Jokers Academy, dass sie wenigstens keinen Verlust haben, sie sind noch halbwegs ähnlich, sie haben, man sieht hier, es macht sich so ein bisschen, die Farben-Difference im Jungle, auf der Mittellin, und auf der Top-Lin bemerkbar, auf der Bot-Lin ist es genau umgekehrt, aber damit kommt man so mal, so mal auch in circa, auf die 1-2k Goldlied, die man hier hat insgesamt, aber die Evelyn ist da, der Charme sitzt nochmal ab, aber sie bekommt ordentlich, der ist schon ein Galio, genau das ist es, was ich angesprochen hatte, ein Galio, kriegst du einfach nicht da, mit diesen beiden Champions, vor allen Dingen nicht, wenn er Seekers Armgart und Tabis geholt hat, und so zu nah an ihn reingehst, dass er beide taunen kann, aber Evelyn, 30 Farben mehr als der Charme, die ist hier wirklich nur am Power-Farm, und jetzt Bot-Lane, push nochmal ein, geht an den Turm ran, aber das Play-Lin ist nicht mehr da, deswegen uninteressant, aber das cash auch, man muss hier als Kaiser flashen, die Sender nochmal ordentlich low gemacht, von der Lux, der Damage reicht allerdings noch nicht ganz aus, um die Sender zu one-shotten, sollte beim nächsten Backport auch da sein, aber, overall, wir sehen jetzt hier, sie hat tatsächlich, im Gegensatz zu Kaiser, noch nicht ein Item fertig, aber Evelyn ist jetzt top-Lin, der Charme kommt raus, man sieht es ja auch, was ist das für ein Jump, egal, er versucht zu fighten, er ist hier low, die Ultimate sitzt, hier holt ich hier die Evelyn ab, schafft er auch noch den, äh, den, One-Dash, die W ist gut gemacht, vom One, allerdings, nah, muss jetzt aufpassen, ist ziemlich low, wird jetzt auch wieder klein, schafft er es vielleicht noch mal, ihn runter zu kiten, ist die Frage, Orm sieht, kennt das, die Problematik, er geht schon mal zurück, aber, nah, hat jetzt hier ein Red Waff, steht 3-2, und das sollte auch, eventuell schon Black-Kliver sein, es ist das Black-Kliver, äh, sorry Leute, aber, ich hab's gerade gesehen, mir wurde gerade so ins Ohr geflüstert, von der Regie, wenn der CC der bessere Play-By-Play ist, man kennt's Leute, und dann predict ich auch noch sowas, Alter, da muss ich auch noch ganz kurz, mir fällt halt einfach, gerade ich kann nur überstehen, sein, ähm, ja, äh, Cringe, ist da, egal, darum soll es nicht gehen, wir sind hier immer noch im Highlight-Match, kein Chirot ist gefallen, immer noch dieser 1-2k Gold-Lead, von GG, eher 1k, aber, der nimmt hier auch langsam ab, und der Hero wird jetzt angegangen, von Lost Jokers Academy, kein Drake ist ab, um Crossman-Play zu machen, Wischen wird trotzdem nochmal, auf der Botline aufgebaut, und der Hero geht hier an Lost Jokers Academy, wird im Jarvan gegeben, mal schauen, ob man damit Turret-First-Batt holen kann, Quad-Lane-Turret wäre eine Option, eventuell auch Top-Lane-Neo-Lux-Ultimate, die Bella, die Senna ist jetzt wieder nur auf 200 HP, Lost Chapter reicht da noch nicht ein, aus trotz des Losts in beider Namen, aber jetzt die Qs sitzen einfach heute von der Lux, die hat hier, gefühlt scriptet sie, gefühlt, ich glaube nicht, dass sie scriptet, ähm, es ist einfach, es sind die jahrelangen Erfahrungen mit Lux, die hier kicken, und Lux Edmate natürlich ein lächerlicher Cooldown, wir können da mitziehen, aber jetzt der Brau wird angegangen, und wird von der Kaisa abgeholt, währenddessen Evelyn hier im Sandwich, von Midlane Jungle und Botlane, die Lux rotiert jetzt nochmal hoch, die Evelyn entscheidet sich auch rauszugehen, und 50 Sekunden auf den Break, die Krabbe ist jetzt auch auf, ist zwar auf Seite für GG da unten, aber wie lange noch, ist jetzt die Frage, wie lange wird man da noch Vision haben, nein, ich glaube, das passt schon, ich mache jetzt gerade den Solo-Cast, und dann, ich hoffe ich mal, dass Dennis Beich wieder da ist, äh, wenn Death and Harrod mit Lange geplantet, mal W hier First Blood bekommen, ist auch durch, ist auch eine gute Entscheidung, First Blood, ah ja, was soll ich denn die First Blood, Turnit First Blood, Dennis jetzt, ah ja, ist ein T-T-T-T Es wird hier aber der zweite Turret, ich weiß es nicht, ich bin einfach nur lost, aber, hast du nicht auf Botlane geschaut unten, ich weiß aber nicht, ich weiß aber nicht, wann man den da geholt hat, aber, mein Play-by-Play ist jetzt Gott sei Dank wieder da, um mir den Quill, um mich verkündet zu bewahren, ähm, man hat jetzt hier mit dem Midlane Turret, die Maps so ein bisschen geöffnet, man kann viel weiter reingehen, man kann viel besser Deep Vision stehen, und damit mehr Kontrolle über die Karte erlangen, wenn man selber noch alle Turrets hat, und es passt, sie haben jetzt ein Gold-Liefer von 500 Gold, es ist, so langsam war es nicht an, was ich angesprochen hatte, der Jarvan geht jetzt nochmal für den Drake, die, Drake ist noch nicht low genug, Galio Ultimate kommt nochmal raus, Evelynn hat den Smite sicher, und währenddessen Galio jetzt 1 gegen 4 drin, muss rausflashen, man hat den Jarvan abgegeben, die Evelynn charmt ihn nochmal, Galio jetzt Half-Life, Kai'Sa kommt nochmal dazu, Galio stirbt hier, was kann die Botlane hier noch tun? Die Botlane hat hier gerade Probleme, Zed geht nochmal auf die Kai'Sa drauf, die Ultimate sitzt, wird er sie sich holen kann, oder sie kommen mit der Blasting-Cone raus, die Ultimate vom Setzner ist bereits auch geprockt, und Kai'Sa kommt nicht mehr low, aber die Luxe macht, Maid macht ordentlich Damage, Senna muss hier für ihre Jungle abhielen, hui, so, dann ist jetzt der nächste Fight, da hast du wieder, Kai'Sa mache ich jetzt, weil du warst jetzt schon so gut dabei, ich wollte dich jetzt nicht unterbrechen, obwohl jetzt kommt gerade eine Pause, okay, Echtige Entscheidung, ähm, ja, okay, haben wir Zeit zu analysieren, dieser Fight hat gerade nochmal so ein bisschen Gold geturnt, jetzt hat GG wieder den Lead, aber, es macht sich so langsam bemerkbar, was ich angesprochen hatte, GG hat keine richtige Team-Cop mit einem Assassin-Jungler und einem Assassin-Midlaner, das Problem, das du hier hast, ist, du hast zu viel Aggression, das heißt, deine, du wirst eher gecatcht, im Early Game, weil du Evelyn hast, Evelyn kann man leicht catchen, wenn man es gut macht, also wenn man es richtig macht, in der Senna kannst du leicht catchen, in der Braun kannst du leicht catchen, besonders als ein Luchsmann, dann hat es die ganze Zeit gesehen, immer wieder, die QE-Ultimates, die haben geballert, ähm, aber, was sich jetzt hier auch anbauen wird, im Teamfight, wenn die Evelyn und der Z direkt vorne dabei sind, wenn die, äh, entweder, werden die entweder hier, ähm, mit im Teamfight aufgeräumt von Galio, weil der Galio einfach alles tankt, oder sie suchen den Flank, und wenn sie Pech haben, ist dann bis dahin die Backline von der Kaiser schon weggedeiht worden, mit der Lux. Ja. Das heißt, das könnte jetzt ein Problem werden, wir gehen allerdings direkt weiter, und, ich, es sieht hier tatsächlich nach Lost Jokers Academy aus, obwohl das Gold sehr, sehr even ist, muss ich sagen, es ist noch even, ja, aber, es sieht nach LJA aus, bin ich ehrlich, es ist, es ist, es ist gut aus, es sieht gut aus, kommt hinterher, aber er bekommt den Kill noch drauf, der, na, ist einfach inzwischen zu tank, er hat seinen Black Cleaver fertig, er hat seinen, äh, Mercury Boots fertig, damit ist er gewappnet, sowohl gegen Evelyn, als auch gegen Ornn, der überwiegend Magic Damage macht, und, ich kann damit halt einfach den Ornn, der bisher zwar gleiche Orgument besitzt, äh, aber noch nicht abgegradet, das gleiche Orgument, äh, nicht gleiche Orgument, ähm, Frozen, ich muss, ich muss, ich muss nochmal spicken, äh, I Spawn Gone Dead, genau, I Spawn Gone Dead, es ist, es sollte zwar ausreichend, aber der, die Black Cleaver, der Black Cleaver macht natürlich, und nicht Damage, und ich soll nach vorne, ich bin hier gerade mega am Flow, also, ich weiß nicht, ob ihr es merkt, aber ich bin die ganze Zeit am Flown, äh, ja, gut, my play by play ist jetzt schon wieder weg, Kai, es ist hier, wird hier der Charm gecharged, dennis ist jetzt mal wieder nicht da, wenn er passen sollte, der Z einfach holt sich hier die Lux ab, jetzt der Charm engaged, der Z kommt nochmal raus, allerdings, wird es jetzt auch erstmal so weit bleiben, Alter, das kann doch nicht wahr sein, ich wollte gerade sagen, du gehst immer, wenn du Carsten müsstest, ja, ich habe, ich habe es auch nur ganz spontan übernommen, tut mir leid, aber, ich muss jetzt hier ganz schnell, ansonsten, also, wenn Stefan, Stefan, wenn du echt kannst, CC, kannst du jetzt schnell noch reinkommen, ich muss jetzt, glaube ich, doch, glaube ich, viel länger weg, okay, dann, dann, geben wir jetzt, dann geben wir jetzt an Dennis, dann geben wir jetzt, dann gibt Dennis jetzt an Inter ab, Inter, was willst du lieber, play by play, CC, der, also, unser Streamer, mutiert sich jetzt mal, bitte ganz schnell im Stream, also, mir ist das tatsächlich recht wurscht, was ich jetzt mache, dann nehme ich jetzt, dann nehme ich, dann muss ich mir jetzt doch den Play by Play anreißen, ich bin, ich bin so im Flow gerade, so hype, ich stehe schon leider, in meinem heißen Zimmer, ich muss das Fenster schießen, damit ich meinen Nachbarn nicht zusammen schreie, let's go, let's go, fliegender Wechsel, einfach komplett mitten im Game, sehe ich super so, aber das, das, das können halt nur Profis, ne, wie wir, also, ja, Maxim, Maxim, ich komme, du wirst deinen Job einfluss werden, jetzt haben wir das Indie, hat Karsa gesucht, ja, sie sind jetzt da, so, aber jetzt einmal, um aufs Game zurück zu kommen, denn in einer Minute 40 ist der Drake ab, und dieser gefiederte Set, der macht aus der Kaiser Kleinholz, aber, sowas von Kleinholz, also, kleiner geht's gar nicht mehr, ja, aber, er hat, ich meine, er hat's eben auf der, er hat eben aus der Lux Kleinholz gemacht, und dann halt nichts mehr, und die Kaiser macht die gerade aus dem Ohren Kleinholz, das ist halt ein Tank-Schredder, ja, es ist halt, es ist aber auch Evelyn so, ne, es ist ein Assassin, ja, es ist halt Evelyn, ne, und ich, ich erwarte hier halt auch immer noch diese Sonias auf Kaiser, weil das gegen diese zwei Assassins so wichtig ist, hier auf den Sonias zu gehen, einfach um diese zusätzliche Protection zu haben, weil du halt eben mit Lux nicht gerade den Protektivsten Support hast, so, du hast einfach nicht diese, ähm, du hast einfach nicht diesen Peel, den jetzt zum Beispiel Nautilus hat, ne Lulu hat, um jetzt einfach mal zwei Beispiele zu nennen, so, und da musst du halt als Kaiser gucken, wo du bleibst, und diese zwei Dagger, die machen mir ein bisschen Angst, weil das sieht hier einfach Najers 2 aus, und das verschiebt halt das Sonias um nochmal ein Item zurück, und das sind wir dann halt schon in der 30 Minute, wo das Game schon rum sein könnte, also da jetzt halt nicht, wenigstens auf eine Stopwatch zu gehen, für diesen nächsten Drake-Fight, Ich wollte gerade sagen, Kompromiss wäre ja die Stopwatch gewesen, hat man hier noch nicht, ja, wenn wir das jetzt facechecken, der Zett allerdings macht, der wird ja verfehlt, leider seine Standarte, wird jetzt hier nochmal vom Zett geultimated, geultet, und geht down, Lux, währenddessen in Bedrängnis, wird nochmal abgeholt von der Senna, währenddessen, na, Drake kleert ein bisschen die Vision, ist jetzt hier eigentlich auch in Bedrängnis, Evelyn ist da, Charm wird gecharged, der, na, sie sieht, Charm geht allerdings durch, was kann Nadal machen, er ist so tanky, dass Evelyn da kein Adventure dagegen macht, das war's hier, also ich hätte hier tatsächlich mit mehr gerechnet, richtig bitter, dass da die Standarten-Kombo von Jarvan nicht durchkommt, damit kommt er noch trotz Flash dann nicht mehr weg, wenn da die Standarten-Kombo nicht trifft, und dann Lux, Jan never helped, stirbt hier auch noch, wollte seinem Jungler helfen, aber das, da, der, das war halt komplett lost an der Stelle, jetzt kommst du halt nochmal, geht auch Kaiser mit Drängnis, ja, sorry, aber du hast ein ADC gepickt, du willst hier Damage machen, Jan, nee, nicht mit mir, na, vor allem nicht gegen die Brambo West, die da der Ohren bereits hat, und das abgegradete Eisbauer konnte, also, ja, äh, es ist tatsächlich, das kann ich mir auch nicht erklären, muss, muss ein ganz klarer Dwarffehler sein, ich muss, ich muss sagen, ja, never mind, jetzt geht erstmal, nah, hier wieder klein, ist Half-Life, guckt nochmal ein bisschen rein, mit seiner Q, ähm, was ich jetzt sagen würde, ist, ich, GG, also GG, sie haben keine, in meinen, in meinen Augen, das kann ich dich jetzt nochmal fragen, als CC, siehst du, wie ich in ein Team kommt, weil ich sehe persönlich keine, aber sie spielen mechanisch so gut, dass sie einfach diese Catches, also natürlich haben sie ein bisschen Catch, aber ab Minute 30 wird es für sie schwerer, ähm, sehe ich hier tatsächlich, sie spielen mechanisch so gut, dass sie halt einfach diese Team kommt, die, äh, ich nicht finden kann, einfach nicht brauchen, wie siehst du das, haben sie nicht in die Team kommt? Ich glaube, das Problem ist halt eher nicht, dass sie, dass die Goethe-Dir-Gang keine Team-Comp hat, sondern dass Lost Jokers nicht diesen Engage findet, weil sie haben halt diese Engage-Comp, sie haben Javan, Galio, Kenball, Rein, Nitterluxult hinterher, Gnault hinterher, Rein, einfach nur alles hinterherwerfen, und diese Leute zu Tode börsen, aber diese Engage findet halt einfach nicht statt, so, du kommst gar nicht zu dem Engage, weil immer, immer vor jedem Fight, vor einem Drachen, vor einem Nash, kommt halt dieser Catch, und dann kannst du auch nicht mehr fighten, weil im 4 gegen 5 verlierst du das auch mit einer geilen Team-Comp-Comp-Comp-Comp-Comp. Okay, aber was siehst du bei GG, also, ähm, für ein Team, weil wir dann für eine Kombo, eher Catch, oder? Ja, Catch, ganz klar Catch, ein Senna hast du halt den Sein Catch, zwei Assassins auch nur hinterher, Evalence, die Definition eines Catches, also, ja. Ja, okay, also, es ist halt, ich sehe halt das Problem, der Kombo ist, der Ornn ist so ein bisschen, ist so verzweifelt, der Ruf nach Late Game, weil sonst haben sie kaum, Late Game, Evalence ist one-shotted im Late Game, zwar immer noch, aber, ne? Ich glaube, du weißt, was ich meine es so. Ähm, genau, jetzt wird hier Vision gepinkt, äh, man will hier offensichtlich Vision Setupen, für den Drake, der in 20, 20 Minuten 40 abkommt, hm? Bisschen zu früh eigentlich, aber okay, kann man nix machen. Evalence charged jetzt hier den Charm of the Lux, wird das ein Engage, ne? Wird's nicht. So, und hier einfach nur so ein bisschen, guckt, dass man die Vision gettet, währenddessen sagt sich die Kamera einfach mal nö. Ähm, genau, so, ja, man guckt jetzt hier so ein bisschen, mittelspiel, Aram, äh, ist doch die richtige Entscheidung, du willst halt insbesondere als der Stokers, diese 5 gegen 5 als, forcen, und auf Seiten von der Götchen-Gang ist diese Vision insane wichtig, weil, ohne Vision kannst du keine Catches landen. So, du kannst nicht sehen, wo Leute out of position sind, wo du halt, wenn möglich, diese Opportunity siehst, um Leute, anzugehen, und, das geht halt nicht ohne Vision. Ähm, vor allen Dingen, Lost Chorus Academy schickt jetzt hier den Nahe in den Split Push, der Nahe ist eigentlich hier in einem sehr, sehr hart contestesten Jungle, also, sie geht jetzt auch Gott sei Dank raus, aber, ähm, sie hat, GG hat halt eigentlich keine Antwort für den Nahe, weil, Zed ist zwar eine Option, aber Nahe ist dafür inzwischen ein Tank, die hat einen Frozen Mallet. Ähm, ja, wenn das sind, wieder, die 1, wieder, der Group, der Nahe, versucht nochmal mit seiner Mega-Nahe Form was zu machen, haut ein bisschen Q auf den Braum, aber ansonsten nichts Spektakuläres, der Zed ist jetzt hier am Tier 1 Top-Lane Turret, scheint so, als würde man ihn abgeben, und es ist einfach immer noch even das Game, halbwegs, 1k Gold Unterschied wieder nur, aber wieder für GG, es ist so spannend gerade, fühlst du diese Anspannung? Äh, ich, ich führe die Funken, die durch die Luft fliegen, wir können auch einmal auf den Gold, auf den Gold Unterschied bei den eigenen Membern, bei den einzelnen Membern schauen, und da sehen wir auf Gnar, der hat mehr als ein 1000 Gold Lead, und das ist halt, denke ich mal, auch das, was hier noch, äh, Last Jokers Academy im Spiel hält, dieser Gnar, der halt recht befindet, ist dieser Gnar, der auch gerade gecatcht wird. Gott, war mal in dem One-Shot, Entschuldigung, dass ich da gerade unterbrechen muss, das war einfach nur, so episch der Feier, eher kurz, aber er ist episch, aber ja. Hm? Inter, red weiter? Ja, also, ähm, ja, ne? Jetzt habe ich gerade komplett aus dem Faden verloren, und es geht auch direkt weiter hier. Ja, der Ohrn-Loch-Mit wird jetzt gezündet, bekommt eigentlich von der Kaiser auf den Deckel, er solo, sieht jetzt die Kaiser-Kaiser so, der Geil-Jun, pielt aber nochmal für sie Ohrn, so lau, der Baum muss sein Schild hochnehmen, damit ist der Schild schon mal weg, das heißt hier im Teamfight Potential, um den Teamfight dann doch nochmal für sich zu entscheiden, weil der Schild dann doch nochmal eine gute Möglichkeit im Teamfight ist. Währenddessen der Drake ist jetzt gespawnt, es kann nur ein spannender Drachenfight werden, es geht hier um den dritten Drachen, noch nicht die Soul, aber der dritte Drache ist so nah an der Soul dran, äh, es wird hier interessant, der JA geht jetzt hier auch schon an den Drachen, der nahe TP-T jetzt dazu, der, wir erinnern uns, er wurde vor kurzem gecatcht, Drake ist jetzt sehr, sehr low, geht hier an, Lost Jokers Academy, Lux wird nochmal abgeholt, Jarvan versucht hier seine Kaiser zu retten, Kaiser reengaged, einfach Geilio Ultimates sitzt nochmal, Geilio Charged hier, aber der Zed, der macht Damage, der hat sich hier einen Double Kick holt, Triple, drei Leute sind inzwischen dauernd, Nahe kämpft jetzt hier verzweifelt mit Jarvan, ums Überleben, Jarvan rett, Nahe fällt jetzt hier auch, Nahe holt wenigstens noch die Senna mit ab, schafft es jetzt Jarvan raus, das wäre ein sehr, sehr teurer Drake, Zed jetzt nochmal von unten, Jarvan muss flashen, und es wird hier ein Chase, man entscheidet sich allerdings dagegen, nevermind, Evelynn, Chase weiter, was wird hier passieren, schafft es Jarvan raus, mit einer Standarten-Kombo vielleicht nochmal, aber, jetzt Evelynn hat den Sweeper gezündet, das heißt, sie sieht ihn, Jarvan sieht jetzt allerdings auch Evelynn, er chargt jetzt nochmal mit seiner EQ-Kombo über die Wand, und man gibt jetzt auf, allerdings mit Land Turret wird inzwischen angegangen, Digga, dieser Fight geht inzwischen schon mindestens eine Minute lang, muss ich auch mal ein bisschen runterfahren, riesiges Problem hier von Los Jokers Academy, sie bekommen einfach nicht zu den Engage hin, sie forsten dir diesen Drake, und eigentlich, was du halt willst, die Gegner zum Drake locken, und dann halt engagen, mit dem Jarvan, einfach reinfahren in die Gegner, stattdessen bleibt der Jarvan beim Drake, ist okay, er finischt ihn, und dann, dann geh doch rein, stattdessen peelt er für seinen Carry, und lässt Gnar und Galio die ganze Arbeit machen, die jetzt nicht wirklich den stärksten Engage haben, Gnar ist eigentlich so ein Follow-up-Engage, auf den Jarvan-Engage, und genau das gleiche ist mit Galio, und dann hocken halt, genau, und Galio in deren Backline, wenn Jarvan aus irgendwelchen obskuren Gründen peelt, dann ultet Galio zurück, und der Teamfight ist eigentlich schon komplett lost, weil sich das Team von Los Jokers einfach des Todes gesplittet hat. I don't know, warum die jetzt hier diese, die Faxen machen, so, einfach, ihr habt eine klare Mission, Jarvan Engage, und der Rest Followed, und das passiert halt nicht, und deshalb verlieren sie hier die Fights. Ja, ich glaube, das ist so ein bisschen, mit der Teamfight kommen, gegen Catch. Mensch, ich glaube, das ist so ein bisschen dem geschildert, dass sie hier den Drake angefangen haben, und auch durchgezogen haben, weil dadurch hatten, sie mussten sich erst nochmal neu sortieren, und deshalb, diese Zeit hat halt, äh, GG-Orden, also gut ausgenutzt, um hier sie zu separieren, und jeden Einzelnen zu catchen. Und dann geht's natürlich perfekt aus, auf allen Dingen, jetzt hat man drei Item Kaisa, man hat drei, äh, zwei Items Skalio, man hat, diesmal den Tank Jarvan, mit Cinderhug, und, äh, Stoneplate, der, der, der schreit halt auch verzweifelt, Team, bitte mach doch was, bitte, ich kann nur engagen und halten. Ja, er kann eigentlich nur engagen, aber er engagt ja nicht, das ist ja das Problem, er geht einfach nicht, für diesen Engage. Und, dann kann natürlich auch kein Fuller abkommen, wenn kein erster Engage kommt. Wahre Worte, wahre Worte. Äh, jetzt hier der Group Invade, ne, setzt sich hier nochmal zurück. Ah, jetzt beginnt der, der Nash-Tanz, ich seh's schon kommen. Zwei Minuten 15 noch auf dem Drake, und der Nash-Tanz beginnt jetzt. Jetzt die, die Evelyn will vielleicht ein Catch standen, oder es war immer nur ein Zoning E, äh, ein Zoning Charm, auf jeden Fall, es funktioniert, die Kai'Sa ist weg. Sie ist aber wieder da. Ähm, und, man geht jetzt hier wieder auch Richtung Butler, er hat doch kein Nash-Tanzer, ich mein, man hat zwar auf sein, von Lost Drops Academy, die gute Vision, allerdings nicht im Gegner-Jungle. Da fehlt die Vision im Gegner-Jungle. Äh, ja, und, es ist halt einmal bis gleich. Jetzt wird das Aram wieder gecallt, Nico will jetzt eventuell engagen mit dem Mega-Nar, ist sie zumindest kurz davor. Man geht jetzt zu Nash, will man da vielleicht was forcen? Ich denke mal, man wird nur für die Vision gehen, generell die Vision von Lost Drops Academy. Oh Gott, man fängt den Nash an. Ja, seid ihr denn von allen guten Geistern verlassen? Ich wollte gerade sagen, da hast du einen Ohrn, der Nahe wird jetzt hier, ist jetzt hier, ist jetzt hier ziemlich low, die geile Ultimate. Wo ist der Jarvan? Damage, der Damage, der Orn geht gleich down. Die Evelyn muss hier auch nochmal rausflaschen. Die Kai'Sa räumt hier inzwischen auf. Der Jarvan stellt jetzt hier aber auch nochmal sterben. Und man hat die 10 für 2 für 1 Thread. Evelyn nochmal ordentlich low. Kai'Sa wird hier eventuell gestraft und ist down. Und die Evelyn, was hat die für ein Damage? Holt hier den Double Kill. Damit nur noch Gaio am Leben. Und man muss jetzt hier den Nash abgeben. Man hat hier 4 Leute von GG am Nash. Wer hat das? 3 Leute, ich korrigiere mich. Der Zed ist auf der Botland unterwegs. Was ist hier los? Die machen einfach den Nash wert. Der Splitpush kommt. Gaio muss jetzt auf den Splitpush reagieren. Was wird er gegen den Zed schaffen können? Nicht mehr viel. Er macht kaum mehr Damage im Gegensatz zum Zed. Der Zed, ich weiß nicht, ob er ihn inzwischen shredden kann. Aber der ist hier auf den Inhip gefokust. Will hier auf jeden Fall nicht ohne Inhip nach Hause gehen. Ist jetzt hier aber doll immer low. Wir haben mal Damage. Der Nash muss inzwischen unterlaufen gehen. Sender wird executed. Der Nash exkriert einfach nicht gesettet. Was ist hier los? Was ist an hier? Ein Zwischen. 8K Gold auf Unterschied. Damit will ich an dich abgeben. Mit 10 Ks, Digga. Nash MVP. Und bitte zeig dem Jarvan die Richtung in Enemy Backline. Engage doch bitte ein einziges Mal. Bitte. Es ist ein 4 gegen 5 Fight. Wie kannst du das vor allem mit einer Teamfight Combo im 4 gegen 5 verlieren? Wie? Wie? Das ist jetzt aber trotzdem Drake. Du darfst nicht vergessen. Die kann hier das Game Carry. GG macht das hier Mechani so gut, dass sie so lange im Game bleiben. Währenddessen der Ohr ist so low. Der Zed wird jetzt auch noch mal getontet. Zed muss outen. Die Kaiser. Zed ist down. Was können sie jetzt hier noch machen? Oh, ich melde es raus. Kaiser in der Backline. Geht auf den Braum. Braum wird jetzt noch mal vom Gnar angegangen. Währenddessen Kaiser saugt den Ohr raus. Braum ist tot. Währenddessen der Rest von Lost Shockers Academy am Drake. Und der ist jetzt hier angekommen und heißt es, das ist die Soul für Lost Shockers Academy. Wow! Was zum Fick passierte bitte? Also, irgendwie gewinnt Lost Shockers zum ersten Mal in der Geschichte von Lost Shockers Academy einen Fight. I don't know. Vielleicht, weil der Javan mal gangage hat? Ja, Respekt hier. Vor allem der Gallium in meinen Augen hier MVP. Er tauntet den Zed im richtigen Moment, dass der Zed hier so low wird, dass er von der Kaiser einfach gecued werden kann, nachdem er aus der Ultras kommt. Also, ich bin, mein Puls ist immer noch auf 180. Ich bin immer noch so voller Adrenalin. Was ist denn hier los, meine Damen und Herren? So spannendes Game. Der Nash. Es war auch gerade MVP, dass der Nash nicht mehr, dass der Nash nicht mehr gefallen ist. Und, dass der Inhab nicht gedauert gegangen ist. Oh mein Gott, Alter. Ich sag euch, Nash MVP. Aber ey. Keine andere Option. Ey, Inter. Wie wär's? Wir machen jetzt nach diesem Game, machen wir in den MVP-Vote den Nash rein, einfach nur umzuschauen, wie viele Leute in den MVP sind. Aber natürlich, Junge. Also, wir nehmen natürlich trotzdem den Spieler rein, mit den meisten Votes, Hallo, wir interviewen den Nash. Wir interviewen mal Nash. Da gibt's keine Option. Ja, was haben sie sich dabei gedacht, als sie sich einfach exekiertet haben? Beste Nash-Imitation Eru. Oh mein Gott. Ich seh' ich gerade im Chat, ja, weil die Ball auf ganz hohem Niveau, aber echt mal, die Ultimate sind jetzt, die Bombo-Kombo-Braun wird jetzt nochmal, abgehört, noch genug ab, mit dessen Evelyn, die, die, er hat, die, die Kaiser hat endlich Stopwatch, es ist zu lange, es ist einfach, es ist nicht mal spät, aber es hat einfach schon so lange gedauert, dieses Game. Oh, die Stopwatch, beziehungsweise, ja, Stopwatch hat hier gerade Kaiser den Arsch gerettet. Währenddessen, Set wieder am Inhip, wird man jetzt, man muss resetten, geil, versucht zu resetten, man wird nochmal der Raptors, der Braum jetzt hier ziemlich low, aber es können wir keiner resetten, der Naga geht jetzt hier jetzt auf dem Fußweg zum Set, der Inhip geht allerdings schon down, die Kaiser geht jetzt hier in die Backline, holt sich hier die Senna ab, der Orn ist jetzt hier auch schon ziemlich low, währenddessen, die Evelyn schafft es nicht, den, ALTER! Evelyn is down, 1000 Shutt on auf der Kaiser, endlich, ja, Evelyn is down, und das sollte der Nash sein, Jarvan zwar ziemlich low, aber du hast einen Tanky Gallio, Nash, ich glaube an dich, heiß dich an ihm hoch, bitte, Jarvan, smite ihn, Alter, was ist hier los, der Tor ein bisschen zu früh, der Naht, die Piet jetzt noch mal, Zett holt sich noch mal, Galio, das ist kein Nashmere, der Nashmere, der Nashmere, das hat sie nicht, der Jarvis zu laufen, Junge, was ist das denn bitte? Was ist das für eine Fiesta? Was ist, was ist denn hier los? Und du hast es vor dem Game, du hast es vor dem Game nochmal gesagt, immer wenn ich caste, kriegen wir die 40 Minuten, Knällerpartien, und ich springe hier ein, und kaum kriege ich eine 40 Minuten Clown Fiesta, was ist denn hier los? Weil, sorry, aber, das ist, das ist, wir sind doch nicht hier nicht in Mexiko, wir sind in Deutschland! Fiesta, Fiesta Mexikaner, der Jarvis Flasch gegen die Wand, ja, das feiern wir alle. Geschichte ist jetzt da, Geschichtswissen ist jetzt da, Deutschland hat zweimal Frankreich in Blitz, in Windeseile eingenommen, nicht, dass es richtig war, dass die Kriege richtig waren, einfach nur, sie schaffen es schnell, was passiert hier, 40 Minuten Fiesta? ich kann mir langsam vorstellen, dass da vielleicht, die ein oder andere mexikanische Wurzel da vorhanden ist, ist halt, oh, mein Zimmer macht einfach nicht mehr weg, mit, und mein Wasser ist fast leer, hui! Ist das denn A, oder? Äh, Alles hier los, also, ja, ich muss, ich muss einfach, dieses hui, das muss ich machen, damit ich Luft bekomme, und mein Wasser ist jetzt leer, also, das ist natürlich Land unter, ne, also, komplett, die Interviews musst du führen, alter, das ist halt, das ist halt ein komplette Abriss hier, ich weiß auch nicht mehr, was ich hier analysieren soll, ich mein, die Spiele beide nicht gerade optimal, sag ich, um es mal freundlich zu formulieren, die, die On-Upgrades sind jetzt da, Elvin hat jetzt ein Ramadan, die wird jetzt böllern, äh, aber, äh, ich darf hier gleich noch um 20 Uhr, das nächste Gamecast, als CC zwar, aber trotzdem, also, es ist lang, habe ich das Gefühl, die Leute haben was gegen mich, oh, die Ordnung mit, sehr schön, hat drei Leute gewonnen, erwischt, Kaiser, down, ja, wird jetzt hier auch nochmal ein Gate, oh, er ist, geht nochmal ins, ähm, Stoneplate, aber wird hier abgeholt, das, drei Leute down von, äh, Lost Showcase Academy, ich kann auch nicht mehr reden, ist zu lange dieses Game, 40 Minuten, aber das soll jetzt jedes Game gewesen sein, 40 Sekunden auf den Champions, das kannst du als nah und geil, ja einfach nicht, vielleicht halte ich gegen die fünf, gegen die fünf Leute, der ist Head One-Shotted inzwischen schon, selbst die Evelyn, das ist das Game, das ist das Game, oh mein Gott, also, to be honest, das Game war jetzt dann doch ein bisschen, endet lamer, als es mittendrin mal war, gerade eben einfach so viel spannender, und dann ist es so schnell vorbei, Kai ist einfach nur off-position, gecatcht in der Frontline, der Javan schafft den Engage nicht, wie du es angesprochen hast, Nein, nein, man geht jetzt hier nochmal zum Nash, man macht den BBR-Ruf, Sie ist gehen, die wir die Dignitas-Variante, ich könnte kotzen, Alter, sie gehen für die Dignitas-Variante, und hier Richtung Nash, erst mal jetzt noch den Zweitor mitnehmen, aber dann, ähm, ja, Nash ist ab, man geht jetzt sogar besser, ey, Junge, also, neul, ihr kommt 300 Gold durch den Nash, das ist euch schon klar, oder? Gut, Evelyn ist voll ein Itembit, aber, der Ador Drake ist ab, der Ador Drake ist ab, und, und Lost Jokers Academy geht, man geht jetzt, beide Teams gehen jetzt hier zum, äh, Ador Drake, Lost Jokers Academy lernen von ihrem Main Team, und, wir lernen davon, denen auch keine Games zu wenden, äh, Lost Jokers, gestern, konnten auch, hatten, waren auch zu, ungut, Games zu wenden, ich würde hier niemanden irgendwie beleidigen, der Nash kann man hier, den Nash nochmals ziehen, vielleicht auch sein, von der Zukunft, der Drake resettet, ich habe gerade vom Nash gesprochen, ich bin blum, egal, und wird jetzt, ultet jetzt nochmal, Javan engaged, wusste man denn hier, äh, ja, äh, boah, ich habe mich jetzt schon mal down, mehr passiert hier nicht, Jarvan ist selber auch down, man, Jarvan engaged, und die Galli ult geht auf die Backline, ey, ich könnte kotzen, alter, der, 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 Tricks versucht nochmal, was ist schönes, Stopp, Sonja, der, 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 das war's, ey, und Ace für GG, das ist das Game, man, die P jetzt auch in die Base, ich quitte meinen Job, das erste Mal, wo Jarvan wirklich es schafft, einen guten Engage, auf beide Carries, von, der Götzchen Gang hier zu landen, ultet Galio einfach seine eigene Backline, wo niemand die bedroht hat, ich, also, nee, Jungs, nee, like, nee, not even close, bitte Stefan, zeig denen, wie man, auf richtige Art und Weise, diese, einfach, am einfachsten spielende, kommt, spielt, like, I don't know, so, da hat man, also, das ist einfach, einfach nur traurig, einfach, oh,